Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Narkotik von Sadiq und Dümarok. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Narkotik von Sadiq und Dümarok, das Ganze im Mai 2012 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist ein Collabo-Album, das Ganze über Halunkenbande erschienen. Super Toolcase haben wir hier. Einmal auf dem Cover lesen wir hier, Halunkenbande präsentiert, Sadiq, Dümarok, Narkotik. Dann haben wir die beiden hier abgebildet in einer Lagerhalle würde ich sagen. Im Hintergrund die diversen Kartons gestapelt und dann hier im vorderen Bereich diese Sporttasche. Dann gibt es hier noch einen Verbraucherhinweis, in diesem Fall einen Halunkenhinweis. Harte Texte. Und hier oben haben wir dann noch so eine Karte, also so ein Straßennetz hier von Europa bzw. Deutschland. Jo, dann schauen wir mal rein. Also auf der Seite beschriftet, auf der Rückseite auch noch, Tracklist 16 Stück, Features mit dabei von Baba Saat, nochmal Saat, nochmal Saat, 6060 und 439. Dann haben wir noch diese Dame vor dem LKW, Infos, Barcode und los geht's. So, zuerst das Booklet, das ist glaube ich recht schnell oder recht übersichtlich. Wir haben hier einmal zum Aufklappen die Doppelseite mit diesem Bild und den ganzen Infos, wer an dem Album beteiligt war. Alles kompakt hier zusammengefasst. Dann noch weitere Infos, das Logo von Halunkenbande und dann packen wir das Booklet zurück. Kommen weiter zur Album CD. Die sieht so aus, also hier haben wir Beutel mit Pulver und dahinter auch nochmal weiße Pulverreste. Jawohl, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sadiq und Dümarok und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.